Star Citizen steht vor einem Quantensprung in Sachen Gameplay. Mit dem kommenden Alpha 4.0 Patch führt Cloud Imperium Games eine bahnbrechende Neuerung ein. Das Engineering-System. Dieses Feature verspricht, das Multicrew-Erlebnis auf ein völlig neues Level zu heben und die Interaktionen an Bord von Raumschiffen fundamental zu verändern. Das Kernstück dieses Updates bildet das neue Resource Network. Ein System, das die Grundlage für alle Raumschiff-Operationen bildet. Dieses Netzwerk steuert alle Ressourcen wie Energie, Treibstoff, Kühlung und sogar Lebenserhaltung. Dabei ist das Resource Network eine entscheidende Weiterentwicklung des alten Pipe-Des-Rohr-Systems, das nicht skalierbar genug war, um den Anforderungen der Spieler bzw. der Entwickler gerecht zu werden. Kurz zur Erinnerung, das Pipe-System, das Rohr-System sind keine sozusagen realen Rohre in unseren Schiffen. Vielmehr sind es Verbindungen der einzelnen Schiffskomponenten aus Programmcode, die die Komponenten unserer Schiffe bisher verbanden. Wurden diese Rohre, also diese Verbindungen, beschädigt oder gekappt im Spiel, registrierte das System also einen Schaden per Programmcode, dann wurde auf Code-Ebene die Verbindung dieser jeweiligen Komponenten untereinander gekappt und diese Verbindungen waren aber wohl eher statischer Natur, weshalb CIG damit nicht zufrieden gewesen ist. Durch das Resource Network System nun aber wird es laut CIG endlich möglich, echtes Multi-Crew-Gameplay zu erleben, bei dem mehrere Spieler eine wesentliche Rolle an Bord übernehmen. Und zukünftig gilt, die Ingenieure werden die neuen Helden des Weltraums sein. Mit der Einführung des Engineering Gameplays erhalten Spieler nämlich die Möglichkeit, als Schiffsingenieure aktiv in das Geschehen einzugreifen. Ihre Aufgaben werden umfassen, das Energiemanagement über ein neues und intuitives Interface, Überwachung und Reparatur beschädigter Komponenten, Fehlerbehebung bei Systemausfällen und Fehlfunktionen und Verwaltung der Lebenserhaltungssysteme. Alpha 4.0 führt auch ein neues Schadensmodell ein. Schiffe verfügen nun über physikalisierte Komponenten, die individuell beschädigt werden können. Das eröffnet neue taktische Möglichkeiten im Kampf und macht Reparaturen zu einem entscheidenden Faktor für das Überleben im All. Ein weiteres Highlight ist die Einführung von unterschiedlichen Penetrationswerten von Waffen und dementsprechend dann eben auch der Panzerung von Schiffen. Verschiedene Waffentypen haben eine unterschiedliche Wirkung und Durchschlagskraft. Schilde und Panzerung haben dabei dann unterschiedliche Funktionen und die Schiffspanzerung wird dann ab sofort aktiv Schaden absorbieren. Heißt, erst wenn die Schilde und die Panzerung eines Schiffes durchdrungen sind, werden die innenliegenden Komponenten beschädigt. Aber nicht nur durch Beschädigungen, sondern auch durch Überhitzung oder Alterung, schlechte Wartung, können Komponenten Fehlfunktionen erleiden. Im schlimmsten Fall drohen sogar kritische Reaktorausfälle, die das gesamte Schiff gefährden können. Natürlich kann man Komponenten reparieren, aber um sie vollständig wiederherzustellen, muss man an einer Station andocken. Natürlich kann man auch während seiner Reise einen Tausch der beschädigten oder schlecht gewarteten Komponenten vornehmen, aber das ist nur für die Komponenten der Größen 1 und 2 möglich. Die Verwaltung der Schiffsatmosphäre wird ebenfalls zu einer kritischen Aufgabe. Ingenieure müssen die Luftzusammensetzung, Temperatur und den Druck in verschiedenen Schiffsbereichen im Auge behalten. Und natürlich, wie in einem der vorhergehenden Insights nach Citizens bereits erwähnt, kann natürlich auch dieses System dann zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Und nicht zuletzt das neue Engineering UI, also die neue Engineering Benutzeroberfläche. Die zeigt eine detaillierte 3D-Darstellung des Schiffs einschließlich der Position und des Status aller wichtigen Komponenten, wie Generatoren, Kühlsysteme oder Schilde. Ingenieure können direkt eingreifen, um Energien zu verteilen, Kühlungen zu optimieren oder Fehlfunktionen zu beheben. Gerade das Stichwort Kühlung ist sehr wichtig, denn jede Komponente erzeugt Abwärme. Und so ist es im Kampf ganz besonders wichtig, auf die optimale Kühlung zu achten. Also auch hier kann der Ingenieur den entscheidenden Unterschied machen über Sieg oder Niederlage oder Leben und Sterben. Ja, die Engineering-Mechaniken in Alpha 4.0 versprechen, das Spielerlebnis in Star Citizen grundlegend zu verändern. Sie fördern echtes Teamplay, machen größere Schiffe attraktiver und fügen dem Spiel eine neue Ebene der Komplexität und des Realismus hinzu. Für alle Star Citizen-Fans heißt es aber nun erstmal, gespannt auf die CitizenCon warten, bei der weitere Details zu Alpha 4.0 und darüber hinaus enthüllt werden sollen. Das war das letzte Inside Star Citizen für dieses Quartal. Nach der CitizenCon geht es dann weiter mit der neuen Season des Inside Star Citizen. Natürlich wird es dann wieder Videos geben entsprechend, die ich dann auch hier zusammenfassen, übersetzen und wenn nötig erklären werde. Und ansonsten, wenn es irgendetwas gibt, über das ich mir Gedanken mache, was es in der Community gibt, im Spektrum, wie auch immer, bleibt mir gewogen, lasst ein Abo, Like, Kommentar hier und dann schaltet gerne wieder ein bei einem der nächsten Videos. Ich freue mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute und Tschüss, sagt euer Astro. Ich freue mich, bedanke mich.